Eine Völkerwanderung mit dem Hintergrund der Verbesserung der persönlichen Lebensverhältnisse. Nicht zuletzt aber auch eine Völkerwanderung mit Religionsuntergrund, die aufgrund ihrer Wertverordnung und Weltanschauung nicht in unsere Gesellschaften passt. Und wie die Integrationsprobleme seit Jahren zeigen, noch für viel mehr Probleme sorgen wird, als nur die reinen Kosten. Über Jahr und Jahrzehnte hinweg, die uns durch die Aufnahme der Flüchtlinge aus aller Welt entstehen. Es ist eine Migration, die mit der Flüchtlinge auswählen ist. Es ist eine Migration mit der Flüchtlinge zu erzählen, die ihr Leben des Lebensverhältnis, aber auch eine Migration mit einer Gewaltigung, mit einer Wurzlösen- und einer Wurzlösen- und einer Verkaufung. Es ist eine Inklusionste Verbesserung in den Europäischen Union. Die Integrationsprobleme in den letzten Jahrzehnten sind nicht nur finanziiert, die auf die Grenze des Störglafenen an die Migranten bestätig sind. Seit Jahrzehnten ist ein Versuch des Multikulti eher ein Monokulti. Besonders in den westeuropäischen Ländern schreit diese Entwicklung vor allem mit dem Hintergrund der demokratischen Verhältnisse grasant voran. Für seine Menschen und für seine Wertegemeinschaft. Leider ist diese Maxime vieler uns in Vergessenheit genannt. Gelebt wird sie aktuell meist in Osteuropa, in Tschechien, in Polen, in Ungarn, in der Slowakei. Diese vier Staaten der Visekrat-Gruppe, die teilweise schon jahrhunderte langer Erfahrung mit Besatzem als im islamischen Raum haben und deren Menschen aus diesen Erfahrungen auch gelernt haben. Heute stehen wir nun hier und sind gedanklich, beziehungsweise mit Live-Schaltung und Film, mit vielen Ländern Europas verbunden. Überher weght sich der Widerstand gegen eine weiter ungebremste Zuwanderung aus dem islamischen Raum. Ein Beispiel unseres Landes erkennen wir. Die Öffnung Deutschlands ist zum proberen Gebot der Herrschung und Politik geworden. Dieses Gebot hat nur noch einige Gegenstimmen und mit dieser Gegenstimme treiben wir die Wärmzeit noch Regierenden ständig vor uns her. Diese Wänden teilweise ihre Hälte schneller als wir Stachen und glauben sollten in diesen Damen und Herren keiner mehr. Gebot der Herrschung und die Wärmzeit noch Regierenden ständig vor uns her. Und wir glauben ihnen auch nicht mehr, denn diese haben uns diese Gesamtse mit sehr sehr sehnten Augen zu wissen und Geistes überhaupt erst beschert. Wir glauben ihnen, denn wir glauben ihnen auch nicht, dass wir sie für Probleme haben, die wir nicht sehen und sehen. Unter Federführung der tschechischen Partei UFIT und der Organisation Block Bratislamu versammeln wir uns heute hier und in Prag, in Tschechien, in Polen, in Warschau, in der Slowakei, in Bratislava, in Österreich, in Graz, in Großbritannien, in Birmingham, in Finnland, in Kaupatori und Sinayekin, in Holland, in Amsterdam, in Edemark, in Kodan, in Frankreich, in Montpellier, in Bordeaux und Saint-Priot, in Estland, in Tallinn, in Bulgarien und Sofia, in Irland, in Dublin, in Litauen und in Vilnius und auch in Australien an verschiedenen Orten. Das hat schon eine Zeitverschiebung wahr, die schon wieder da ist. Das hat schon eine Zeitverschiebung für alle Parteien, in der Stadt, in Russland, in Bratislava, in Bratislava, in Bratislava, in Bratislava, in Bratislava, in Bratislava, in Birmingham, in Kodan, in Frankreich, in Montpellier, in Porto, in Saint-Priot, in Estland, in Italien, in Bulgarische Sofie, in Irland, in Dublin und auch in Australien an verschiedenen Ort. Überall dort setzen wir ein Zeichen für alle Partei und aller Länder. Ihr seid nicht allein. Gemeinsam sind wir stark für unsere Zukunft, für unsere Kultur, für unsere Kinder, kurz gesagt, für unsere Freiheit. Ja, das ist ein Signal. Das ist ein Signal. Wir sind zusammen. Wir sind die Ziele für unsere Zukunft, für unsere Kultur, für unsere Kinder. Wir sind in den ganzen STF. So, damit bin ich jetzt einer. Es gibt sofort weiter. Ganz unterm Moment mit dir selbst, das Problem mit der Leinsteigung. Wir sind hier auf dem Weg! 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 Die erste Lunde ist genommen, Prag hat uns gehört und sogar live gesehen. Leider funktioniert die Live-Schaltung nach Bratislava gerade nicht. Deswegen haben wir als Rednerin die Bürger aus München, von Pegida München. Und sie möchte euch was sagen und beste Grüße ausrichten. Herzlich Willkommen, Birgit. Kampel, Pegida München, e.V., Bayern, Grüß Dresden. Liebe Freunde, Patrioten und Mitdenker, denn wir sind die Mitdenker. Wir wollen natürlich ein Dankeschön aussprechen für die Initiative Pegida, die Abertausende auf die Straßen gebracht hat. Der Osten hat es vorgemacht. Stimmt. Applaus 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 Applaus